Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Degusta Box. Die ist heute bei mir eingetroffen. Ich hoffe, es ist keine Schokolade drin, denn es ist heute sehr warm. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Könntest vielleicht Hunger kriegen. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta Box ist eine jederzeit kündbare Abo-Box mit Food-Artikeln. Da hast du pro Box 10 bis 15 Food-Artikel drin und das kostet 15,99 Euro, glaube ich, mittlerweile pro Box. Mit diesem Gutscheincode kannst du tatsächlich auch noch ein bisschen was sparen. Also schau einfach mal vorbei, lass dich überraschen und hab Spaß. Ja, die wird mir kostenfrei zur Verfügung gestellt und ich kann in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Was ihr dafür tun müsst, steht unten in der Infobox drin. Schau einfach mal vorbei. So, ja, die kommt einmal im Monat, bei mir immer zum Monatsende hin. Ich glaube, bei allen kommen die zum Monatsende hin. Und ich mach sie auf. Cool bei der Degusta Box ist halt auch, dass du da so einen Food-Trend und Food-Neuheiten so erleben kannst. Und das finde ich auch immer total praktisch. Deswegen, ja, ich stehe drauf, mich jeden Monat überraschen zu lassen. Und, ja, ich mag die. So schaut die Degusta Box aus. Und ich habe gehört, lesen, wie auch immer, viel mehr gelesen, dass das das Thema Gartenparty sein soll. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin auch heute in einem Gartenparty-Kleid, weiß ich nicht, unterwegs. Also, das ist ein ganz lässiges, entspanntes Kleid. Und, ja, ich finde, die Gartenparty kann steigen. Jetzt habe ich nur noch ein bisschen Hunger. Ja, wir öffnen den Glebi und gucken rein. Und hier den ersten Blick in die Box. Ja, als erstes hast du hier so eine Karte, wo drauf steht, was dran ist. Und auf der anderen Seite sind manchmal Rezepte. Manchmal hast du hier so Suchspiele, wie hier. Da musst du Fehler im Bild finden und so weiter. Und da Spaß mit haben und keine Ahnung. Ja, ne, da kann ich dir dann auch die Preise von den Produkten einblenden. Und, ja, die Box ist natürlich vom Wert her höher als das, was du dafür bezahlst. Und wir haben hier meistens noch ein bisschen Werbung mit drin. Die Werbung bezieht sich dann meistens auf das, was in der Box drin ist. Das ist immer ganz spannend. Stich im Pulli, ein Likör, Kräuterlikör. Okay, ja, ich bin jetzt kein Mensch. Ich mag nicht so gerne Alkohol. Deswegen hoffe ich, dass ich da keinen Alkohol drin habe. Du kannst dir die Box übrigens auch mit oder ohne Alkohol bestellen. Das ist auch eine ganz gute Geschichte. Und dann ist hier auch noch von Bewerach. Bewerbach Whisky etwas mit drin. Ein Flyer. Wie gesagt, ich hoffe... Da war ich kurz dunkel. Ich hoffe, dass hier nichts mit Alkohol drin ist. Man hat dann Alternativprodukte. So. Als erstes habe ich hier eigentlich die Lieblingschips von meinem Freund. Aber das ist eine etwas andere Geschmacksrichtung, glaube ich. Von Crunchips. Wow. The Terrifying Jalapeno and Cream Cheese Inferno. Chips. Ja, die probieren wir doch mal direkt, oder? So schauen die Chips aus. Die sind so geriffelt. Und das probieren wir doch mal. Mh. Oh, lecker. Ja, die sind ein wenig scharf. Das prickelt schon, aber es ist super lecker. Und dieses Fruchtige von der Jalapeno hast du da auch noch mit bei. Und dann weiter hinten im Rachen kommt dann die Schärfe raus. Mega lecker. Boah. Und dieser Käse, ne? Boah. Der schmeckt richtig, richtig gut. Ein bisschen wie so dieser Jalapeno Käse Dip von diesen Tortillas. Ich glaube, von Chio gibt es den. Ich weiß es nicht. Der ist auch so super lecker. Und ja, es ist gerade scharf und ich brauche irgendwas Milchiges zu trinken. Von Erdbeer, freche Freunde ohne Zusatzstoffe, freche Gemüsebratlinge, Karotte und Lauch. Die Mischung zum Braten. Okay, das ist so ein Fertigprodukt. Das muss man zubereiten. Ich habe jetzt hier leider kein Herd. Ich habe hier kein Wasser und kein Herd. Da werden Kai Karotte und Leo Lauch hier in der Pfanne verrückt. Zusammen haben sie sich in die freche Bratlingemischung geschmuggelt. Gemüsiges Brutzeln garantiert. Okay. Genau, das musst du mit etwas Wasser und Olivenöl, also mit 125 Milliliter Wasser und Olivenöl aufgießen. Dann den Inhalt des Beutels in eine Schale geben, mit dem kochenden Wasser übergießen. Dann 10 Minuten quellen lassen und mit feuchten Händen vier freche Gemüsebratlinge formen und mit dem Olivenöl in der Pfanne erhitzen. Werde ich mal probieren, aber jetzt halt nicht jetzt. Heute Abend gibt es nämlich Salat. Da habe ich nicht Lust auf irgendwas Warmes zu essen. Ja, und das ist relativ unspektakulär, ne? Da hast du hier so eine Mischung drin. Und eigentlich finde ich vier Stück dann auch immer ganz praktisch. Das kann man dann auch gut mal irgendwie abends spontan essen oder so. Das ist eine coole Sache. Da freue ich mich drüber. Und das animiert ja auch so ein bisschen gesünder zu essen. Ist eigentlich eher was für Kinder, aber auch Erwachsene müssen manchmal noch erzogen werden. Also von daher gute Sache. Oh ja, etwas zu trinken. Sehr gut. Two Kick Energie Liebe. So was ähnliches von Baobab hatte ich auch schon mal tatsächlich. Dann natürlicher zwei Komponenten. Energy Drink aus Kokosnusswasser, Superfoods und Koffein aus Guarana und grünem Tee. Und dann nimmt man sich dieses Getränk, macht das beigefügte Pulver da mit rein, schüttelt das ein bisschen und trinkt es dann. Es ist zwar mitten in der Woche, zehn vor sechs, aber komm Leute, wir probieren das trotzdem mal. Ja, das riecht einfach sehr... Ich weiß nicht wonach. Das riecht halt sehr künstlich. Dann gibt man das da rein. Gut zumachen. Schütteln. Ich finde übrigens, dass die Bratlinge jetzt nicht unbedingt zur Gartenparty passen, oder? Aber das hier auf jeden Fall, denn so ein Energie kick zwischendurch hoch ist immer nicht verkehrt. So sieht das aus. Es schäumt natürlich ein bisschen. Und Prost. Hm, das ist warm. Ja. Wir haben ja echt heute 35 Grad, also von daher. Ja, aber ich glaube, genau das hatte ich schon mal. Das ist ganz lecker. Kann man gut trinken. Nicht so extrem wie Energydrinks. Ein bisschen entspannter, aber das ist halt echt nicht so gesund, glaube ich, ne? Ja, gekühlt schmecke ich noch besser. Aber ich finde es lecker. Doch, kann man gut trinken. Ja, ich habe ein Kräuterlikör hier mit drin. Mit Kirsche. Ja, werde ich jetzt nicht zu mir nehmen. Einfach, nee. Ähm, das ist von Stich, Stich, Stich Pimpuli, Stich Pimpuli heißt das. Okay. Ja, ähm, ne? Alkohol, schön, werde ich hier aufbewahren, wenn dann mal irgendwer ein Bedürfnis danach hat, von unseren Gästen Alkohol zu trinken. Kann er sich das gönnen, aber ich trinke es nicht. Und schon gar kein Kräuterlikör. Nee. Ein Lavendel-Kräutermix, erntefrisch verarbeitet, von La Croix. Mhm, das finde ich schön. Da kann man Speisen wahrscheinlich mit verfeinern. Ich gucke mal, was man damit verfeinern kann. Zum Würzen, Abschmecken, Marinieren und Garnieren. Höchstergiebig bitte sparsam verwenden. Mit Basilikum, Petersilie, Thymian, Rosmarin, Sonnenblumenöl, Meersalz, Lavendelblüten und Reismehl. Ja, das kannst du im Prinzip überall drüber machen, aber wie so Lavendel. Ach, da, Lavendelblüten, 6%. Okay, äh, ja. Wir gucken einfach mal. Oh, das riecht gut. Wie ein angenehmes Pesto riecht das. Mhm. Ja, Pesto schaut aus wie Pesto, ne? Ist jetzt von der Optik nicht immer das Wahre, aber wir probieren es mal. Huh. Mhm. Sehr salzig. Hat auch ein bisschen was von Tee. Den Lavendel schmeckst du mega raus. Dafür, dass da nur 6% drin sind. Wow. Ja, ich bin mal gespannt, wo man das zu essen kann, ne? Ich meine, wenn man das so auf einer Gartenparty anbietet, könnte man zum Beispiel das so auf Brot dippen. Auf Brot dippen? Auf Brot so leicht schmieren oder mit so, ähm, wisst ihr, diese, diese langen Stangen, die es so gibt. Diese, ja, wie heißen die denn? Ich hab keine Ahnung. Die sind hart und die sind weiß. Die sind hell. Und, ähm, das sind so diese französischen Stangen, ne? Und die dann da rein tippen und essen. Ich glaub, das ist eine ganz gute Geschichte. Jo. Aber schmeckt lecker. Ist jetzt aber ein bisschen warm. Das gehört in den Kühlschrank. Be funky. Mille Citron Gingembre. Oh Gott, das ist französisch. Von Melio. Oder Melio? Refreshing Drink with Honey, Ginger Juice and Lemon Juice from Organic Farming. Also das ist ein erfrischender, ein erfrischendes Getränk mit Honig, Ingwersaft und Limonsaft. Das müssen wir jetzt erstmal schütteln und probieren. Mit Honig, ne? Das ist gut gegen Halsweh. Ja gut, wenn man das dann halt, ähm, kühl trinkt, ist es wahrscheinlich noch schöner als jetzt warm. Ich bring's nicht auf. So. Oh Gott. Ne. Ginger ist Ingwer mit Ingwer... Ich mag nicht so gerne Ingwersaft, ne? Das ist wie so ein Ingwerschott. Jetzt hab ich's gerafft übrigens, ne? Okay, es ist nicht wie dieser Ingwerschott, der jetzt irgendwie so scharf wäre. Das ist sehr erfrischend. Das ist sehr lecker. Ohne Konservierungsstoffe und ohne Colorant-Farbstoffe, ne? Wenn man die ganze Flasche trinkt, dann kommt der... Ingwer da. Genau, da. Aber war lecker. B-Funky, ja. Funky fühle ich mich gerade auch. Ja. Beliebt auf jeden Fall. Geröstetes Müsli mit Kurkuma. Das wird weiter feinern. Äh, feinern. Weiter wandern. Mit Ananas verfeinert. Das mag ich nicht so gerne. Es ist mit Ingwer... Nee, mit Kurkuma. Nee. Das ist eine Ingwerpflanze, glaube ich, vorne abgebildet, ne? Von Alnatura. Das ist nicht unbedingt was für mich. Also da werde ich mal so ein bisschen bei uns in der Umgebung fragen, wer auf sowas Bock hat. Ich persönlich mag nicht so gerne Kurkuma. Ähm, deswegen. Also das wird weiter wandern. Ja. Ist jetzt für mich auch nichts für eine Gartenparty. Das tut mir wirklich leid. Aber das passt nicht. Mit Ananas verfeinert. Ananas liebe ich ja, ne? Habt ihr schon mitbekommen? Es gibt bei Meckes, ist jetzt keine Schleichwerbung, hatte ich nur letztens, ein Meck Hawaii oder sowas. Oder Hawaii Burger oder so. Das ist wie ein Cheeseburger, nur halt noch mit einer Hawaii-Scheibe. Mega. Ich stehe drauf. Wer tost Hawaii, mag den Burger lieben. So, da musste ich gerade nur dran denken. Aber ich glaube, das ist nichts für mich. Wow, es wird ein Kau. Mit Vitamin C. Smart Raspberry. Das ist mit Himbeere. Fritt mag ich sehr, sehr gerne. Da freue ich mich drüber. Das ist für die Kinder auf der Gartenparty. Da werden die sich freuen. Oder für Claudi. So. Ich liebe Fritt. Fritt ist ganz toll. Da macht man mich auch immer glücklich mit. Mit Fritt. Bist du ja, Team, ich esse alles auf einmal oder ich esse das immer stückweise hier? Hm? Joa. Ne? Mag ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die sowas nicht mögen. Sehr lecker. Ach, guck mal. Degusta Box hat jetzt auch eigene Produkte rausgebracht. Das ist neu. Oder? Ist das eine Kooperation? Ich weiß nicht. Hier ist nämlich Degusta Box aufgeklebt. Und hier auf dem Deckel steht, Saldoro, Ursalz, mittelrose Körnung, von Natur aus Rosa, reines, unraffiniertes Steinsalz aus dem urzeitlichen Zechsteinmeer. Das ist Steinsalz. Habe ich ja noch nie verwendet, sowas. Oh. Das ist aber eine schöne Körnung. Ne? Das sieht cool aus. Ja, es wird wie Salz schmecken, oder? Das schmeckt ganz gut. Doch, wir haben ja auch so Salzstreuer, wo wir die Produkte halt, oder das grobe Meersalz quasi normalerweise reinfüllen. Das ist jetzt das Steinsalz. Wir machen das Steinsalz rein. Und dann kann man das so überspeisend machen. Und das hier ist ja eine edle Geschichte. Gefällt mir. Aber witzig. Degusta Box und Saldoro. Mhm. Salz. Kannst du gut gebrauchen. Das weiße Gold, oder wie war das damals noch? Ja, das ist Milch. Minus L. Ich fühle mich wohl. Bio, fettarme Milch. Mit 1,5% Fett. Ja, laktosefreie Milch ist immer mal ganz gut. Das wird von mir auf jeden Fall getrunken. Ich denke, dass ich mir das am Wochenende trinken werde und mir damit dann meine Kaffees machen werde und so. Weil ich nicht so viel Milch vertrage. Und dann kann man sich auch mal eine Portion Müsli mehr gönnen mit Milch. Das ist auch cool. Oder ein Kakao mehr. Ja. Cool. Also das wird wie Milch schmecken. Ich habe mich auch schon mal durch diese ganzen Produkte durchprobiert. Von laktosefreier Milch. Sei es Sojamilch, Hafermilch, Schlag-mich-Totmilch. Ne? Da schmeckt die hier eigentlich mit noch am besten. Oder halt am ehesten nach Milch. Unser Telefon klingelt. Ich muss mal eben kurz rangehen. So. Dann greife ich wieder in die Box und ziehe raus. Sambalita Secco. Spritzig frischer Maracuja-Genuss. Exotisch fruchtig. Spritzig frisch. Und das ist so ein kleiner Prosecco. Der ist perfekt für eine Gartenparty. Der hat aber Alkohol. Den werde ich jetzt natürlich nicht trinken. Ich. Ne? Wir haben uns damals auf Mädelsabenden, beziehungsweise wenn wir so Junggesellenabschiede hatten oder so, immer halt diese Seccos in Dosen geholt. Definitiv. Das schmeckt immer ziemlich geil. Weil, ja, mit Maracuja-Tropik-Frucht, das wird wohl lecker schmecken. Kann ich aber nicht zu sagen. Tut mir leid. Aber was ich probieren kann, ist Capri Sun. Wer weiß noch damals, als Capri-Sonne, Capri-Sonne hieß und nicht Capri Sun, äh, Capri Sun in Bubbles, prickelnd, fruchtig, lecker Himbeere. Mh. Cool und säurehaltiges Mehrfrucht-Erfrischungsgetränk mit Himbeergeschmack. Fruchtgehalt 10%. Und das ist vegan, das finde ich gut. Auch sowas ist ganz schön für eine Gartenparty. Ich denke, es wird süß schmecken. Prost. Es prickelt. Oh, das schmeckt wirklich lecker. Es hat noch so diesen Limonen-Untergeschmack, der hier vorne, vorne sind ja auch Limonen und Äpfel und sowas abgebildet, ne? Das schmeckt süß, aber jetzt nicht so quietschesüß, nicht so ultrakünstlich, finde ich, ne? Also, das schmeckt toll. Mensch, ganz schön viele Produkte in der Gusterbox dieses Mal, ne? Das finde ich toll. So, jetzt habe ich hier so zwei Tütchen. Was ist das? Rub. Rub for ribs. A dry marinade for extra flavor. Von Santa Maria. Da sind zwei Stück von drin. Da kannst du dir, mega geil, Rippchen selbst marinieren. Wir grillen hier unheimlich gerne. Und das hier ist perfekt für die Gartenparty. Ultra. Nimmst du dir einfach so naturbelassene Rippchen. Vom Fleischer kann man die ja schön holen. Und dann abends mit diesem Rub einreiben. Und dann ziehen die Gewürze halt über Nacht ein. Und danach auf dem Grill. Du kannst entweder eine Marinade machen, indem du das halt in der Tüte machst. Und dann mit Kräutern und so weiter und Öl das reinmachst. Oder mit Sahne oder wie auch immer man das mag. Oder halt solche Trockenrups. Und Trockenrups mag ich auch sehr, sehr gerne. Nom. Das kann mein Freund mal machen. Ja, dann freut er sich. Dann kann er auch nämlich mal Rippchen grillen. Rippchen grillen hat er noch nie gemacht. Der hat schon Fisch gegrillt. Der hat schon seinen Dutch Ofen mehrfach verwendet. Den Dutch Ofen verlinke ich dir unten in der Infobox. Das ist Dutch Ofen Zeit, Leute. Den muss man haben. Der ist super. Nächste Geschenkidee für deinen Freund. Was noch? Pulled Pork hat er auch schon gemacht. Ultra lecker. Mein Freund ist sehr, sehr toll. Also der kocht auch sehr gut. Ja. Würzmischung für Rippchen. Zuerst die Haut an den Innenseiten der Rippchen entfernen. Klar. Ein Kilo Rippchen mit der Würzmischung einreiben. Neben der Glut auf den Grill legen. Ja. So grillt man Rippchen. Nach circa 1,5 bis 2 Stunden bei 150 Grad Garen. Während der letzten Minuten mit Santa Maria Barbecue Soße einpinseln. Finde ich interessant. Wird auf jeden Fall vernichtet. Und als letztes hole ich hier das Produkt des Monats raus. Das ist Landliebe 70% Frucht. Geil. 70%. Mit Erdbeeren. Das ist mit 30% weniger Zucker. Okay. Das müssen wir gleich erstmal checken. Ob das wirklich weniger Zucker hat. Ich mag Marmelade. Ich esse unheimlich gerne Marmelade. Und das ist toll. Erdbeermarmelade und ich sind jetzt nicht die besten Freunde. Ich persönlich bin eher Team Sauerkirschmarmelade. Pro 100 Gramm hat das 37 Gramm Zucker. Ich weiß nicht. Ist das mehr oder weniger als so andere? Also ich habe jetzt sehr viele Marmeladen auf. Deswegen mache ich die jetzt nicht auf. Aber Marmelade. Lecker. Yum. Und 70% Frucht ist sehr sehr viel finde ich. Wenn ich das jetzt auch so mir mal überlege. Das hast du normalerweise doch nicht oder? Jo. Sehr cool. Ja gut. An zweiter Stelle steht auch Zucker. Aber das ist bei Marmelade doch vollkommen normal. Also wie willst du Marmelade sonst machen? Machst du halt immer das ganze Obst in den Topf mit Zucker und Gelierzucker. Und hast du nicht gesehen? Kochst das ein und dann hast du halt eine Marmelade. Du brauchst da Zucker für. Sonst hast du keine Bindung. Und auch keine Haltbarkeit vom Produkt. Naja. Aber wird auf jeden Fall demnächst mal auf mein Brot geschmiert. Yum. Lecker. Cool. Ihr Lieben. Ich glaube sie ist leer. Ja. Die Box ist leer. Schade. Ich habe noch Hunger. Ich esse mir gleich die Chips auf. Sehr gut oder? Das ist doch mein Plan. Ja. Ich fand die Box ganz gut. Das eine oder andere Produkt hat jetzt für mich nicht so unbedingt zum Thema Gartenparty gepasst. Aber im Großen und Ganzen war es schon für mich ein Gefühl von Gartenparty. Und so manchmal ein paar gesunde Sachen müssen ja auch mit dabei sein. Denn nicht jeder lebt so ungesund wie ich. Dementsprechend. Ich fand die Box cool. Ja. Doch. Kann ich wohl empfehlen. Ich blende dir auch hier mal den ganzen, den ganzen, den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Wird auf jeden Fall über 15,99 Euro liegen. Ich sag mal 22,43 Euro. So. Ja. So. So. Das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Denk an die Verlosung. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.